Einer der reichsten Männer der Welt ist der größte Besitzer von Ackerland in den USA geworden und wir haben es nicht mehr gemerkt. Ackerland ist vor allen Dingen eins, preisstabil. Außerdem kannst du es ja auch bewirtschaften. Du lässt also irgendwelche Bauern für dich arbeiten, Jackpot, dein Land wird mehr wert und es generiert Einkommen. Für viele Investoren ist Ackerland also interessant und die Person, von der wir reden, besitzt ungefähr 240.000 Hektar Land. Das ist ungefähr 26 Mal so viel wie Sylt oder für die Low Performer ungefähr einmal so groß wie das Saarland. Während irgendwelche Dullis also ihre Kohle in NFT-Effchen stecken, hat unser Bauer 2018 eine Fläche von 5.800 Hektar für mehr als 170 Millionen US-Dollar gekauft. Was für ihn ungefähr so viel war, als wir zu den Ekasio-Uhr kaufen. Wir reden hier also über einen Superreichen, der nicht einfach wild in irgendwelche Elektroautos oder Raketen investiert. Hinter all dem schickt nämlich das Family Office Cascade Investments von Bill Gates. Und für die ist Ackerland nur eines von vielen Investments. Die Firma verwaltet rund 70 Milliarden US-Dollar und hat durchschnittlich 11% Rendite in den letzten 20 Jahren gemacht. Da kann man auch schon mal Respekt zollen, denn... ... ...